Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt 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 Weniger Rückstoß, schneller nachladen Wo ist die Luftschleuse? Ich will ihn rauswerfen Dafür haben wir keine Requisiten Soundeffekte los! Hintergrund ändern! Das ist der Halbbruder der Sovereign Sluggard Und er will Vergeltung! Der Held der Citadel, ich mache das Diese Person besteht darauf Diese Person scheißt drauf Diese Person wäre viel lieber noch in ihrem Kühlschrank Können wir gehen, Commander? Set abreißen! Das Besetzungsbüro soll einen neuen Watcher beschaffen Vorbereitung für Blasto 8 Blasto heilt die Genophage Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt